Hallo und herzallerlichst willkommen zu Schweinebriester Let's Play The Walking Dead, A New Frontier und zwar Episode 2 und das Ganze mit mir, dem Dynamite und dem Dede an meiner Seite. Guten Tag, gleich eine Frage zum Anfang. Was ist herzallerlichst? Keine Ahnung, es hat sich irgendwie so eingebürgert. Okay, ich habe mich heute auch was angeguckt, dass mir das auch aufgefallen ist. Ich dachte so, hat das sich bestimmt versprochen. Nee, das ist irgendwie ein Markenzeichen. Also herzallerlichst willkommen. Sollst du meine Videos gucken, was soll das? Die sind nicht für dich, die sind für die anderen Menschen. Tut mir leid. Oh, and this loading screen. And this loading screen. Toll, das müssen wir schon die erste Zeit überbrücken. Oh mein Gott. Werde ein Skybound Insider. Nein, danke. Aber, aber, nein. So, wir wollen mit Episode 2 direkt weitermachen. Ja. Ja. Ja, doch. Also ich würde jetzt mit Episode 2 direkt so weitermachen. Machen wir doch am besten mal, oder? Okay. Verpflichtende Bande Teil 2. Ja. 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 Sag es. Sag es. Bring es. Ich will es hören. Er sagt es. Doch, sagt er es. Sag es, Wolken. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Halt so streng dich an? Also scheiße. Oh. Nö. Einen Rückblick gibt's aber kein Previ... Da mach ich's. Halt, warte. Das ist schon neu. Das ist ja gar kein Rückblick. Ich weiß nicht, du bist ein Degenerer-Gambler, auch. Ouch! Damn, zu schnell. Ich weiß, dass du dich nicht interessiert, aber ich werde nicht hier noch lange sein. Nur... Ich weiß nicht, muss ich auf meine Füße ein bisschen zurück. Du bist richtig. Ich interessiere nicht. Aber David macht es. Ist das es? Vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. 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 Er sagt immer, wie ich nicht hier bin. Und dann, wenn ich hier bin, er sagt, wie er mich nicht kennt. Es ist kompliziert. Aber guck, er liebt dich. Du bist seine Bruder. Er hat eine gewisse Art von zeigen. Was? 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 Uh... Sure. Just finish up with those dishes and I'll bring the car around. But I pick the music. Ja, never mind then. Mhm. You know I'm just messing around, but it's hard to say no to a fresh start. I always wanted to go to Norway, see the Northern Lights. You'll be jet-setting and I'll still just be here. Oh, goddammit. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit, 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 shit. All that was Steven's army glass. Oh, he's gonna be so pissy about it. I can hear him already. Hmm. Oh, it's so annoying. Just blame me. Well, he'll buy it. I'm the idiot fuck-up, right? That's true. Exactly. There you go. See? Much better. Meinst du, die haben was? Wo ist der Neuss? Ich weiß noch. Hm. Kommt schon. Guys. You're... You're gonna be okay. Hello? My CEO gave me that. And unless you wanna dig up his fucking corpse, he's not gonna give me another one. Well, why don't we get an actual dishwasher? Here we go again. No, no. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Excuse me? If we could even afford a dishwasher. You're both overreacting, okay? It's not that big a crisis. Stay out of this, Javi. We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet. All for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one standing right there judging me for something he doesn't understand. You don't know him like I do. Always judging everyone. Except himself. You know what, David? Time for you to open your eyes. Kate's gonna leave your ass. What? She told me so. You said that? Jesus fucking Christ, no! We were talking about traveling and I just... No, I definitely didn't say that. At all. Three days. Then I want you off my couch and out the door. We clear? Fine. Javi, that is my husband. We are married. In case you forgot. That's for life. Oops. You were kakseh auch immer, or? Irgendwie schon. Ehrlich, man. Ja, gut. Ja, mei. Das ist jetzt... Das kannst du nicht machen, man. Good. Hey, hey. Take it easy. What happened? They got away. Oh, God. Mariana. I already dug a grave for her. Thank you. Man, das suckt doch. Was meinst du, wie alt ist Clem jetzt? Ich hab keine Ahnung. 14? Man hat ja keinen Zusammenhang irgendwie. Die wirkt schon älter. Aber nicht viel. Ich weiß nicht, wie alt war sie denn beim letzten Mal. 12? Hm. Obwohl. Das war meine Schuld, Mariana. Das war meine Schuld, Mariana. Goddammit. Ich bin so sorry, honey. Javi. Danke, dass du hier bist. Ich glaube, dass du sicher 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 bist. Du bist ein guter Mann. Ich bin nicht gut genug, um sie zu retten. Du hast du Zeit für die Leute. Das gilt für etwas. Äh. Ähm. Unten. Körper. Ah. Ich dachte, rausziehen. Zieh sie raus. Sie muss das umgehen. Hm, hm. Jetzt gleich. Räääääää. Schnell zuschauen. Hm, hm. Hm, hm. Hm. Ja. Ja. Ja, das ist alles. Was hätte sie machen sollen? Aufs College gehen. Das stimmt aber auch. Oh. Das geht schnell. Ja. Du hast alles, was du möglich hast. Jo, nimm doch die Schaufel. You're my version of this. Ich frage mich, wie lange ich warten kann. Guck mal, meine Kamera. Ups. Ich frage mich. Ich frage mich, wie eine neue Frontier. Sie war eine gute Leute, aber jetzt sind sie etwas anderes. Diese Brand, die sie haben. Es ist wie eine Initiation. Ich war ein bisschen in der Kampen für ein paar Mal. Nicht von der Wahl. Es war schlecht. Ich bin Glück, dass ich hier bin. Ich bin, wie gut? Ich bin, das ist alles, was wichtig. Ich bin, wie gut. Ich bin, das ist alles. Ich bin, das ist alles. Ich bin, das ist alles. Ich will die Kleine dabei haben, Mann. Das ist doch mein Baby. Warum kannst du eigentlich fahren? Warum nimmt niemand die Schaufel mit? Wer hat dir das beigebracht? Alter, die Schaufel. Oder? Sie ist 16 und dafür aber sehr klein. Wer weiß? Du bist zurück. Wie ist Kate? Sie... Ich klemm weiter. Glaubt nicht. Sie fragt für dich, du weißt. Bitte, bitte erzähl mir wie sie ist. Was macht ihr? Na gut, sie kam durch die Schaufel so gut wie es zu erwähnen kann. Die Schaufel haben sie einen favoriten, zumindest. Any lower, und die Schaufel hätte auch die Schaufel verletzt. Ich bin auch ein bisschen. Ihr Junge Gabe. Er war wirklich färscht. Er wollte so schlecht helfen. Er hat praktisch gezwungen mich, um ihn zu bleiben. Das ist Gabe. Aber sie war so viel zu blühen. Er wurde... ...verrückt. So, wann wird sie wieder auf ihren Bogen sein? Sie ist stabil. Für heute. Aber sie ist noch in der Mitte. Ich will nicht sagen. Es ist wahrscheinlich nur ein Zeitpunkt. Ich... Ich wünschte, dass ich mehr machen kann. Danke für versuchen. Und für nicht schwarzen. Ich wünschte, dass ich etwas besser zu erzählen habe. Aber ich bin sorry, Javi. Ich werde es zu schrauben. Du kannst dich finden, Gabe. Er war ziemlich erschrocken, wenn er ging. Das wird ihm nicht besser zu fühlen. Aber... Ich werde ihn schrauben. Ich schraube ihn. Hm. Ne, ich glaube Clementine ist draußen. Ah, die sehen wir wieder. Äh... Okay, weiter zurück können wir wohl nicht laufen. Okay. Okay.